brich auf in dein ganz persönliches abenteuer mit deinen freunden deiner familie und all deinen lieblingsmenschen in mitopia gestalte deine mi charaktere so wie du möchtest in mitopia bestimmst du wer die hauptrolle spielt von deinen helden und den stadtbewohnern bis hin zum könig der prinzessin und sogar dem dunklen fürsten lege klassen persönlichkeiten und sogar schlachtrufe für deine heldengruppe fest die mi charakter erstellung bietet jetzt noch mehr möglichkeiten wähle aus den verschiedensten gestaltungsoptionen und hübsche deine helden mit ein bisschen make-up auf perücken und ausgefallene haarfarben runden den look perfekt ab lass deiner kreativität freien lauf und erstelle die stylischsten helden weit und breit du kannst auch mi charaktere herunterladen die von anderen spielern geteilt wurden nun bist du bereit für deine mission der dunkle fürst hat die gesichter der mitopia bewohner gestohlen und nur du kannst sie zurückerobern dazu wirst du viele wege erkunden schätze finden mit deinen gefährten im lager rasten und alle möglichen gespräche führen das abenteuer wartet und was wäre ein abenteuer ohne aufregende kämpfe mit diesen monstern schleudere deinen gegnern als magier mächtige sprüche entgegen heile als kleriker deine gefährten oder singe und tanze dich als popstar zum sieg jede klasse bietet einzigartige fähigkeiten für deine helden im kampf zählen aber auch ihre persönlichkeiten gutherzige chemie charaktere beschützen ihre gefährten in der not aber bring es vielleicht nicht übers herz ein monster zu besiegen sture charaktere geben sich nicht mit einem hieb zufrieden und schlagen mehrmals zu und können sich auch weigern hilfe von verbündeten anzunehmen je nach persönlichkeit verhalten sich deine helden anders sei also auf alles gefasst nach dem kampf kannst du dich im gasthaus ausruhen welche räume du dabei auswählst ist entscheidend lass deine charaktere ein zimmer teilen und beobachte was passiert wenn sie sich gut verstehen verbessert sich ihr freundschaftswert dann tauschen sie geschenke aus und helfen sich im kampf aber nicht alle charaktere sind sofort beste freunde manchmal können sie auch neidisch sein und einen streit vom zaun brechen zum glück kann man sich immer vertragen füttere deine heldengruppe um ihre werte zu verbessern und gib ihnen gold für schicke neue waffen sorge dafür dass die freundschaften deiner charaktere nie zerbrechen indem du sie zu kaffee besuchen ins kino oder zum angeln einlädst was ist schon ein abenteuer ohne gemeinsame erlebnisse im laufe deiner reise schließt sich ein pferd deiner gruppe an das kannst du natürlich auch so gestalten wie du möchtest das pferd ist ein wichtiges mitglied deiner gruppe kümmere dich gut darum und es leit dir jederzeit einen helfenden ruf erlebe ein abgedrehtes abenteuer und rette die welt mit wem auch immer du willst me to pia me to pia Amiibo Amiibo